Ich fahre so einen Belar, so einen Range Rover einfach. Ich finde das gemütlich, weißt du. Geländewagen enjoy ich auch sehr, ja? Ja, und ich bin, ja, wie bei uns fahren, haben wir, viele Jungs fahren ja, oder es ist ja sehr, wie soll ich sagen, im Trend jetzt momentan so eine G-Klasse zu fahren, das ist tatsächlich nicht so meins. G-Klasse mag ich optisch auch nicht, ehrlicherweise. Ist mir zu kantig. Ich mag einfach die Form nicht von der G-Klasse. Ich habe jetzt einen GLS als 63er. Der macht mir unfassbar viel Spaß. Der geht jetzt zwar weg, weil ich mir was Neues gezogen habe, so Geländewagen schon, aber G-Klasse ist auch nicht meins. Und G-Klasse ist auch mal ehrlicherweise irgendwie nichts besonderes. Also G-Klasse hat irgendwie jeder.